Die Naturwissenschaften Und der Klimawandel Ich möchte da einige Fragen stellen und die immer gleich beantworten und so hangeln wir uns so ein bisschen durch das Thema Wenn es um das Thema Klimawandel geht, sollten wir eigentlich als erstes mal definieren, was ist das überhaupt, worüber reden wir, was ist Klima Ich habe hier eine Definition verwendet vom Deutschen Umweltbundesamt, die die veröffentlichen auf ihrer Homepage Und die definieren Klima wie folgt, das ist der mittlere Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Gebiet über einen längeren Zeitraum Als Zeitspanne empfiehlt die Weltorganisation für Meteorologie, WMO, mindestens 30 Jahre Das heißt, wenn wir uns das mal so anschauen, dann bedeutet das, es gibt gar nicht ein Weltklima Man spricht ja immer davon, das Weltklima verändert sich, es wird auf der ganzen Welt wärmer Das stimmt nicht Wenn man über Klima spricht, dann muss man verschiedene Klimazonen unterscheiden Und da entwickelt sich das Klima ganz unterschiedlich Zudem braucht man einen langen Zeitraum, mindestens 30 Jahre Also wenn wir über das Klima am Wochenende sprechen, dann stimmt das eigentlich nicht, das wäre das Wetter Dann müsste man sagen, das Wetter am Wochenende, es wird schöner Das ist die gute Nachricht, oder? Aber hier sprechen wir vom Klimawandel, das heißt, die langfristigen Veränderungen, mindestens 30 Jahre Das ist im Zentrum der Aufmerksamkeit hier Als nächstes muss man sich die Frage stellen, wie sieht denn das Klima überhaupt aus auf der Welt? Ist das stabil über so lange Zeiträume oder noch längere Zeiträume? Oder verändert es sich? Vielleicht ist das jetzt eine Überraschung Der erste Satz hier oben Das Klima ist einer unsteten Veränderung unterworfen, die regional sehr unterschiedlich ist Und das ist überhaupt nichts Neues, das war schon immer so Das Klima verändert sich, also nicht das Wetter, das Wetter verändert sich auch, das ist klar Das Klima verändert sich, und zwar ziemlich straff Dadurch, dass wir natürlich nicht hunderte von Jahren leben Wie die ersten Menschen damals, die ersten Generationen, die ja bis zu 1000 Jahre alt wurden Die haben das erlebt Aber wir haben natürlich eine relativ kurze Zeit nur erlebt Und Ja, wir können uns vielleicht schon noch daran erinnern, dass früher mal im Winter vielleicht auch im Flachland Schnee lag Nicht unbedingt hier in der Schweiz, da liegt auch heute noch Schnee Aber vielleicht lag früher mehr Schnee Oder die Sommer war nicht ganz so heiß Oder irgendwie solche Erinnerungen haben wir vielleicht noch Aber ansonsten ist es schwierig für uns, das so zu sehen Weil das Wetter ist irgendwie doch immer ähnlich Also im Winter fällt mal Schnee, im Sommer scheint die Sonne Da ist es wärmer und das ist so normal für uns, oder? In der Tat sinkt aktuell die Temperatur an der Antarktis Das heißt am Südpol Denn am 1. Juli 2018 wurde mit fast minus 100 Grad die niedrigste jemals auf der Erde gemessene Temperatur gemessen Am Südpol wird es kälter im Moment gerade Die Grafik, die wir hier sehen, geht zurück auf ein Team von Forschern Um den Professor Jan Esper vom Geografischen Institut der Johann Gutenberg Universität zu Mainz Die im Jahr 2012 veröffentlicht wurde Gemeinsam mit Forschern aus Finnland, Schottland und der Schweiz Und sie haben diese Erkenntnisse in der renommierten Zeitschrift Nature Climate Change veröffentlicht Und dieses Forschungsprojekt, was sie durchgeführt haben, basiert auf Untersuchungen von Baumjahrringen Die Bäume wachsen ja und dann bilden sich diese Ringe aus in den Stämmen Und das haben sie durchgeführt, rekonstruiert für die vergangenen 2000 Jahre Für Nordeuropa Sie haben dort die Jahrringdichte Messungen durchgeführt von fossilen Kieferbäumen im finnischen Lapland Und die haben sich sehr gut konserviert Und haben dort diese Zeitreihe festgestellt Wir sind also hier etwa bei Jesu Geburt Und hier hinten, wo wir heute sind, im Jahr 2000, 2020, damals 2015 Was sehen wir auf dieser Darstellung? Wir haben hier die Zeitachse Und wir haben hier die Temperaturveränderung um ein Mittel Um einen Durchschnitt der letzten 2000 Jahre Und wir sehen für jedes Jahr, ob die Durchschnittstemperatur im Sommer blau Höher war als das Mittel oder niedriger war Und jetzt sehen wir natürlich so eine zappelnde Linie da Und das kann man, kann man ja gar nicht so richtig gut erkennen Da kann man so Mittelwerte drüber legen Und das ist die weiße Kurve hier Und man sieht, auch die, die Ausschläge sind nicht mehr so stark wie bei der blauen Kurve Aber sie sind immer noch, es verändert sich Also die Temperatur, die Durchschnittstemperatur auf der Erde Ist in den letzten 2000 Jahren nicht konstant geblieben Keine riesigen Ausschläge Plus 10 Grad, minus 10 Grad oder so Aber immerhin schon mal hier so um ein Grad plus minus Jetzt haben die Forscher hier auch noch eine Trendgerade reingelegt Diese gestrichelte rote Linie Und das erkennt man schon Die sinkt ab Das heißt, die durchschnittliche Temperatur in den letzten 2000 Jahren geht zurück Wenn man jetzt die einzelnen Bereiche anschaut Dann sieht man, dann erkennt man auch auf dieser Temperaturdarstellung hier Gewisse Bereiche, in denen die Temperatur höher war Als dieser Durchschnitt, dieser rote Durchschnitt Und einige Bereiche, da war es niedriger Denn hinten bei uns ist es gerade jetzt wieder etwas höher als der Durchschnitt Eigentlich ungewöhnlich hoch Im Vergleich zu den Jahrhunderten, Jahrtausenden davor Zur Römerzeit, zwischen 100 vor Christus und 200 nach Christus Also hier vorne, im vorderen Teil Sehen wir, dass es richtig schön warm war In Europa Und dann haben wir nochmal eine Zeit Das ist hier im Mittelalter Zwischen 950 und 1250 Nach Christus Waren sie deutlich höher Wir dürfen dabei nicht vergessen Das sind natürlich Durchschnittswerte Wir haben vorher gesagt, in einigen Regionen entwickelt sich das Klima anders als in anderen Also, man kann nicht sagen, dass es auf der ganzen Welt während der Römerzeit sehr, sehr warm war Es gab immer auch da Orte, wo es kühler war Also, zum Beispiel Jetzt ist ja ganz interessant, was die Historiker uns aus der römischen Zeit überliefert haben Der Tacitus ist ja ein bekannter Mensch aus der damaligen Zeit Er berichtet sogar von Wein- und Olivenanbau auf britischem Boden Ja Wer würde von uns den britischen Wein trinken? Sehr sauer heute, oder? Das ist halt heute nicht möglich Damals war das völlig normal Ägypten war die Kornkammer des Römischen Reiches Ägypten ist heute mit Ausnahme von den Regionen in der Nähe vom Nil Eher Wüste, ne? Kein Korn Damals war das die Kornkammer Die haben das ganze Römische Reich versorgt Mit Korn Mit Nahrungsmitteln Im dritten Jahrhundert begann der Niedergang des Römischen Reiches Und dieser Niedergang hatte verschiedene Gründe Und einer der Gründe war die sinkenden Durchschnittstemperaturen Denn wir haben eine wachsende Bevölkerung im Römischen Reich gehabt in dieser Zeit Auf der einen Seite und auf der anderen Seite kam aus Ägypten kein Korn mehr Die haben keine Nahrungsmittel mehr gekriegt Um ihre Bevölkerung zu versorgen Dann gab es Dann setzten die Völkerwanderungen ein Der Goten, der Franken, der Vandalen aus dem Norden Die nämlich versuchten Diesem schlechter werdenden Klima Dem kälter werdenden nordischen Klima zu entfliehen Und sind nach Süden ausgewichen Dann gab es im Hochmittelalter So eben etwa so ab 800, 900 Wieder eine Warmzeit Und während dieser Warmzeit Sind die Wikinger in der Lage gewesen Grönland und Island zu besiedeln Die haben da Ackerbau und Viehzucht betrieben Auf Grönland Und heute machen wir uns Gedanken Dass da das Eis schmilzt und so Das war für die gar kein Thema Grönland heißt Grünland Das war grün Wir haben es nicht erlebt Wir waren damals nicht dabei Aber es ist so Dann setzte die kleine Eiszeit ein Und dann ging es bergab mit der Menschheit Zumindest in Europa Denn wir müssen uns wirklich merken Warmzeiten sind Blütezeiten gewesen Warmzeiten ist nicht unbedingt trocken Die Temperaturen sind etwas höher Was heißt nicht, dass es Dürre herrscht Das kann man nicht unbedingt gleichsetzen Kaltzeiten dagegen Waren immer schwierige Zeiten Immer Mangelzeiten Sehr häufig auch mit starken Regenfällen Den ganzen Sommer durch Hat es nur geregnt, so wie heute Da wächst überhaupt nichts Das verfault alles Das waren eben nicht Dürrezeiten Waren unbedingt die schwierigen Zeiten Sondern eher die regenreichen Sommerzeiten Waren schwierig Ganz besonders während dieser kleinen Eiszeit Etwa 1500 begonnen So rum Man sieht das hier unten Etwas vorher Und dann natürlich ganz starke Ausschläge hier unten Und das ist dann schon heftig Das führte dann zu massiven Ernteeinbußen In ganz Europa Die Preise sind angestiegen Für die Nahrungsmittel Die sind explodiert Schier explodiert Hungerkatastrophen Kriege Die Leute wollten zu essen haben Ist klar, oder? Kritische hygienische Bedingungen Ausbruch von Seuchen Wie zum Beispiel die Pest Und so weiter Was machen die Menschen dann In der Phase? Sie suchen sich den Sundenbock Wer ist das schuld gewesen? Die Juden Und die Hexen Die Hexen Die Hexen Die Juden und die Hexen Und die haben sie verfolgt Jetzt setzt das Ende Setzte etwa um 1800 1850 Die kleine Ging die kleine Eiszeit zu Ende Und genau dieser Zeitpunkt Fällt zusammen mit einem anderen Ganz wichtigen Moment In der Entwicklungsgeschichte der Welt Das ist nämlich die Industrialisierung Die industrielle Revolution Dampfmaschine und so weiter und so weiter Und das Ende der Eiszeit Und was passiert Wenn man es lange kalt hatte Wird es wärmer Und gleichzeitig setzt die Industrialisierung ein Und die Wissenschaftler Haben das übereinandergelegt Haben gesagt Das passt doch wunderbar zusammen Es wird wärmer Wegen der Industrialisierung Nicht wegen der kleinen Eiszeit vorher Die haben wir vergessen Ja Besonders zwischen 1910 und 1940 Ist die Temperatur Angestiegen Hat dann Ist dann wieder etwas abgekühlt Bis etwa 1975 Und das ist auch noch ganz interessant 1972 Also vor 50 Jahren Das ist noch nicht lange her Viele von uns haben das Ganz aktiv miterlebt Ich war damals noch ein kleines Kind Aber viele von euch Haben das miterlebt 1972 Haben die Wissenschaftler und Politiker Vor einer möglichen neuen Eiszeit gewarnt Und alle Hebel in Bewegung gesetzt Dagegen was zu unternehmen Das ist vor 50 Jahren gewesen Heute redet keiner mehr über eine Eiszeit Ganz im Gegenteil Zwischen 1975 und 1998 Sind dann die Temperaturen wieder angestiegen Und alle Wissenschaftler waren dann wieder glücklich Oder? Passte wieder in ihr Schema rein Und interessant ist Genau in dieser Zeit Nahm der Gehalt des CO2 In der Atmosphäre zu Die Konzentration des CO2 in der Atmosphäre Betrug 1850 280 ppm Das ist die Maßeinheit Und heute sind es etwa 400 ppm Also wir haben viel mehr CO2 in der Atmosphäre Das ist immer noch sehr sehr wenig Aber es ist halt mehr als es vorher war Und aus dieser Entwicklung Haben die Wissenschaftler geschlossen Ja, der CO2-Gehalt in der Atmosphäre steigt an Die Temperaturen steigen auch an Also ist das CO2 der Verursacher Und CO2 Klar, das wissen wir Entsteht natürlich in den Ozeanen Durch die natürlichen Vorgänge In den Pflanzen und so weiter Aber der wesentliche Verursacher ist der Mensch Und diese Hypothese Die hält sich bis heute Aber sie konnte bisher noch nicht Schlüssig verifiziert werden Es ist nach wie vor eine Behauptung Aber keiner redet mehr darüber Dass es eine Behauptung ist Alle sagen, es ist so Oder? Und das ist egal Ob das die Wissenschaftler sind Oder die Medien Oder die Politiker Alle reden von Klimawandel Den der Mensch gemacht hat Gut Jetzt sehen wir also Und das müssen wir uns merken Das Klima ist nicht stabil Und wir haben immer Ausschläge gehabt Interessanterweise hier Dass es hier kälter wurde Das hat ja nichts mit CO2 zu tun Dass es hier wieder wärmer wurde Das hat nicht mit CO2 zu tun Da hat ja keiner Kohle und Öl verbrannt Trotzdem ist es wärmer geworden Das war's dann Also das ganze andere lassen wir weg Jetzt müssen wir uns die Frage stellen Können Menschen die zukünftige Klimaentwicklung vorhersagen? Ist das überhaupt möglich Wie sich das Klima in Zukunft Also nicht das Wetter am Wochenende Sondern das Klima Wie sich das Klima entwickeln wird Wie schon gesagt Kurzfristige Wetterprognosen Das können die Menschen Das ist erstaunlich gut sogar Also wenn man SRF Meteo oder so hört heute Abend Die werden sagen Ab wann es morgen aufhört zu regnen Und das stimmt relativ gut Das stimmen die Modelle Langfristig wird es etwas schwierig Renommierte Klimaforscher Schließen eigentlich eine langfristige Vorhersage Der Klimaentwicklung aus Wir haben hier in dem Bericht Des Weltklimarates Das ist eine politische Organisation der UNO Der Vereinten Nationen Die selber das Klima nicht erforschen Aber sie sammeln Forschungsergebnisse Von verschiedenen Forschungsinstitutionen Und bündeln die zusammen Und entwickeln daraus neue Erkenntnisse Haben in einem Bericht 2007 Das folgende geschrieben Das Klima ist ein schwer zu modernierendes Chaotisches System Und deshalb ist eine langfristige Vorhersage Zukünftiger Klimazustände nicht möglich Nicht möglich? Aber die sagen doch Dass das Klima wärmer wird Wo kommen die denn auf diese Idee? Wenn sie selber sagen Es ist so schwierig Dass sie es nicht können Machen sie es aber trotzdem Das ist doch spannend Der amerikanische Atmosphärenphysiker Richard Linson Den wir hier unten sehen Erklärt, dass das Klima Mit einer Vielzahl von Faktoren Zusammenhängt Unter anderem den Bahnvariationen Des Erdlaufs Der Neigung der Erdachse Der Sonne Ganz klar Die spielen eine große Rolle Und weiteren kosmischen Faktoren Wie Wolken, Ozeanen Und viele mehr Und er schreibt dann Wirklich nur einen Satz Nichts davon ist vollständig verstanden Und er ist Atmosphärenphysiker Also der darf das schon sagen Also wenn ich das sagen würde Dann würde die alle sagen Ja Kannst ja viel behaupten Aber der weiß Der kommt raus, oder? Ist der Sache Wie man so sagt Nichts davon ist völlig verstanden Trotzdem gibt es diese Vorhersagen Ganz interessant Was bei diesen ganzen Diskussionen Immer genannt wird Sind so Extremwetter Phänomene Ich möchte mal einige Hier erwähnen Das wird ganz interessant werden Extreme Wetterphänomene Sind völlig normal Historisch gesehen Völlig normal Keine Anomalie Des 21. Jahrhunderts Völlig normal Und sie beweisen auch Den Klimawandel nicht Der Weltklimarat Wieder dieser Den wir eben schon mal Gesehen haben Gehört haben Hat 2013 In einem weiteren Sachstandsbericht Bestätigt Dass Stürme Tornados Hagel Starkregen Dürren Und Überschwemmungen Weder an Anzahl Noch an Stärke Zugenommen haben Haha Interessant, oder? Wir schauen uns mal Einige Beispiele an Überschwemmungen Den Herrn hier oben rechts Der so ernst schaut Den kennen wir alle Das ist der Gerhard Schröder Der ehemalige Deutsche Bundeskanzler Hat 2006 Während dieses verheerenden Elbe-Hochwassers Medien wirksam gesagt Der Klimawandel Ist keine prognostische Vermutung Er ist eine Bittere Realität Hat er gesagt Behauptet, oder? Und alle haben genickt Und haben gesagt Ja, stimmt Hat recht Der deutsche Geologe Und Physiker Manfred Mudelsee Hat Über 500 Überschwemmungsereignisse Für die Elbe Und die Oder Zwei Flüsse In Deutschland Bis ins 11. Jahrhundert Zurück Untersucht Und hat darüber In der Fachzeitschrift Nature Einen Bericht Geschrieben Und der kommt Zu folgendem Schluss In den letzten 150 Jahren Sind die beiden Großen Ströme Und er meint damit Elbe und Oder Milder geworden Wenn überhaupt Wirkt sich die globale Erwärmung eher Positiv auf die Hochwasserlage In der Region aus Die stärksten Überschwemmungen Gibt es nicht In Warmzeiten Sondern während Der kleinen Eiszeit Gab es die Nämlich vom 17. bis 19. Jahrhundert Der gute Gerhard Schröder Hat das irgendwie Nicht ganz verstanden Aber es klingt Natürlich gut Tropenstürme Also wer sieht Wer sieht die Bilder Nicht vorsichtig Da im Fernsehen Übertragen werden Satellitenbilder Wenn wieder Irgend so ein Tropensturm Da auf Florida Zuläuft Und so weiter Tropenstürme Der amerikanische Meteorologe Ryan Mauer Hat die Anzahl Der tropischen Stürme und Hurricanes Seit 1970 Veröffentlicht Das sehen wir hier Hier 1970 Bis 2020 Anzahl Von 0 Bis 120 Während 12 Monaten Jemals Also große Veränderungen Gab es da eigentlich Nicht oder Sieht man die Das zappelt natürlich Auch wieder so ein bisschen Her Da gibt es einige 110 gewesen Im Jahr Dann sind es mal So 70 Und so Aber irgendwie Wenn man da so Ganz unbedarft So eine Gerade Reinlegen würde So eine Trenngrade Reinlegen würde Dann geht es irgendwie So da quer durch Oder Hier oben bei den Tropischen Stürmen Und bei den Hurricanes Genauso Wenn man genauer Hinsieht Und das haben die Forscher natürlich gemacht Erkennt man eine Leichte Zunahme Von der Mitte Der 80er Jahre Hier oben Das geht so ein bisschen Hoch Die Spitzen sind auch Etwas höher Hier vorne war es auch Schon mal spitz Oben Da ist es etwas höher Und hier unten geht es Schon wieder ein bisschen Runter Also in den letzten 20 Jahren Hat die Anzahl Eher ein bisschen Abgenommen Und das gleiche Sehen wir hier unten Bei den Hurricanes Da haben wir viele In dieser Zeit hier Und hier hinten geht es Wieder ein bisschen runter Stimmt also gar nicht So recht Jetzt haben wir etwas Weiteres Was auch interessant ist Und da kommen wir so ein Bisschen auch in die Schweiz Das sind die Gletscher Schauen uns noch die Gletscher an Dann gleich noch so ein Bisschen die Polkappen Und dann den Meeresspiegelanstieg Die beiden Schweizer Gletscherforscher Wilfried Heberli Und Hans-Peter Holzhauser Haben 2003 Anhand des großen Aletschgletschers Im Wallis Gezeigt Dass sich die Alpengletscher Zyklisch entwickeln Die sind eben nicht Stabil Das hätten wir ja gerne Dass alles immer so ist Wie es immer war Oder konstant Die entwickeln sich Sehr zyklisch Und sehr unterschiedlich Sie haben dann Diese Grafik hier erstellt Ich erkläre das gleich Über die letzten 2000 Jahre Hier geht es um Den großen Aletschgletscher Null Jahr Null Ist Jahr etwa 2000 Heute Und wir haben sowohl Die Ausdehnung Blau Als auch den Rückgang Rot Dargestellt Und jetzt sieht man hier Es gab so in den Jahren 600, 700 Eine spitze Starke Ausdehnung Dann ist der Gletscher Ganz massiv zurückgegangen Das passt, oder? Haben wir doch vorhin gesehen Die mittelalterliche Warmzeit Hat eingesetzt Dann geht der Gletscher zurück Dann geht er wieder hoch Geht wieder zurück Geht wieder hoch Wieder zurück Geht wieder ganz hoch Wieder zurück Nur ein bisschen zurück Dann pendelt er hier oben rum Und jetzt geht er In den letzten Jahrzehnten Gerade wieder zurück Ja Aber ist das so dramatisch? Wir sind ja am Ende Der kleinen Eiszeit Also jetzt wird es Sowieso ein bisschen wärmer Genauso wie es im Mittelalter Wärmer wurde Wird es auch da wärmer Ist jetzt eigentlich Kein Grund, oder? Schauen wir uns Das nächste Thema an Das wären die Polkappen Nordpol Arktis Südpol Antarktis Da kriegen wir ja auch Alarmierendste Nachrichten Immer wieder präsentiert Die Eisberge Die abbrechen Und das alles schmilzt Und die armen Eisbären Die sitzen jetzt auf den Schollen Kriegen nichts mehr zu essen Und so Die haben ganz andere Probleme Weswegen sie kein Essen kriegen Nicht wegen der schmelzenden Polkappen Wir müssen uns da Auch Zuerst mal den Nordpol Anschauen Und gleich nochmal den Südpol Weil das sind zwei Unterschiedliche Regionen Die sich ganz unterschiedlich Entwickeln im Moment Die Eisdecke am Nordpol Später Das weiß kaum jemand Gab es nochmal jemanden Nämlich das Der da mit dem U-Boot Skate Das ist auch ein Atom-U-Boot Der Amerikaner gewesen Zum Nordpol Gefahren ist Und der ist 1959 Im Sommer Aufgetaucht Und das sah dann so aus Am Nordpol Da ist gar nicht viel Eis Die sind einfach aufgetaucht Und waren da So Es ist jetzt also Gar nicht ungewöhnlich Dass da mal Ein bisschen weniger Eis ist Gab es auch schon Schon im letzten Jahrhundert Gab es das Die Abbildung Die ich Hier jetzt zeige Zeigt den Temperaturverlauf Nördlich vom 80. Breitengrad Für das Jahr 2019 Und die Das ist die rote Kurve Und die grüne Kurve Ist die Durchschnittstemperatur In den Jahren 58 bis 2002 Also im Winter Januar 1. Januar 31. Dezember Das ist in jedem Jahr gleich Hier haben wir die Temperatur dargestellt In Kelvin 273 Grad Kelvin Sind 0 Grad Celsius Ja Und da wo es blau ist Da ist 0 Grad Alles darunter wird es eisig Alles da drüber Schmilzt das Eis Und ist klar Und ist klar Oder im Winter Ist es kalt So minus 40 Grad Plus minus Da schmilzt das Eis nicht Und im Sommer Und im Sommer Zu den letzten 50 Jahren Gemäß den Daten Die Temperaturen in der Antarktis Das haben wir schon gesehen Das haben wir schon gesehen Der Südpol Ganz unten im Süden Da gibt es sehr wenig Da gibt es sehr wenig im Vergleich zum Osten Im Osten Schrech der Kennt Die ist genau in der Mitte Von diesen ganzen Von diesen ganzen Linien hier Die schwarze Linie Das ist der Durchschnitt Der Jahre 1981 bis 2010 Und dann haben wir für jedes Jahr hier dargestellt Die Ausdehnung in Millionen von Quadratkilometern Natürlich ist das im Südpol anders als am Nordpol Denn im Südpol ist ja am Anfang des Jahres warm Oder? Da ist die Ausdehnung geringer Da ist Sommer Und wenn wir hier warm haben Haben sie es kalt Die Ausdehnung größer Aber hier ändert sich so gut wie gar nichts Und wenn man sich die Kurve für 2020 anschaut Die rote Die geht hier bis Ende April Die läuft fast deckungsgleich Wie der Durchschnitt der Ausdehnung dieser 30 Jahre Ja so kann man kaum erkennen Dass da irgendwie das Eis zurück geht Komisch Trotzdem warnt der Weltklimarat In dem Bericht von 2018 Vor einem massiv ansteigenden Meeresspiegel Weil die Polkappen abschmelzen Ja wo schmelzen sie denn ab? Sie schmelzen nicht ab Sie warnen davor und sagen Tja Die Inseln im Pazifik Die werden alle versinken Dafür sind keine Inseln im Pazifik Die küstennahen Regionen auch nicht Also ja Das ist wieder mal so eine Behauptung Die bisher noch nicht verifiziert ist Forscher der Hebrew University of Jerusalem In Israel Und zwei anderer amerikanischer Universitäten Haben in 2015 Unter Leitung dieses Herrn hier Das ist ein Ökonom aus Israel Michael Benstock Eine Studie veröffentlicht Nach der der Meeresspiegel jährlich Um 0,4 bis 1 Millimeter ansteigt 1 Millimeter Steigt der Meeresspiegel an Man muss sich auch darüber im Klaren sein Der Meeresspiegel ist nicht überall gleich hoch Die Erde ist ja auch nicht rund Wie ein Tennisball Sondern die hat Ausbeulungen Und so weiter Ja 0,1 Millimeter Steigt der pro Jahr Oder? 0,4 bis 1 Millimeter Eine Beschleunigung konnte nicht nachgewiesen werden Es nimmt also nicht zu Wenn wir das also mal ausrechnen Ganz einfache Mathematik Bis zum Jahr 2100 Steigt der Meeresspiegel im schlechtesten Fall Um 8 Zentimeter Das ist so viel So, also welche Inseln versinken im Meer? Wie ist das mit Hamburg und Amsterdam und New Orleans? Alles versunken, oder? Man sieht nichts mehr So Aber seit Ende der Eiszeit Ist der Meeresspiegel um 120 Meter gestiegen Also wenn man 120 Meter Kann ich jetzt nicht darstellen Im Vergleich zu 8 Zentimeter sieht Das ist ja nichts Und wir reden hier von 80 Jahren Also Panik wird da gemacht Es wird Panik gemacht So, jetzt muss man sich natürlich überlegen Wir haben gehört Der CO2-Gehalt der Atmosphäre ist schuld Kann dieser Anstieg des CO2 In der Atmosphäre von Menschen verursacht werden? Das kann er Das stimmt schon Muss man sagen Das stimmt schon Nur der Anteil, den der Mensch verursacht Ist verschwindend gering Das sagt aber keiner Die natürliche CO2-Emission pro Jahr Beträgt etwa auf der ganzen Welt 800 Gigatonnen CO2 Davon verursacht der Mensch etwa 5% 95% entstehen in der Natur Durch Ausgasung aus den Ozeanen Wenn es etwas wärmer wird Kommt das CO2 raus Das ist so wie wenn man In Mineralwasserflasche Wo Kohlensäure drin ist Erhitzt Steigt die Kohlensäure aus dem Wasser raus So ist das auch bei den Ozeanen Es geht etwas langsamer Aber es ist genauso Also etwa Man rechnet damit Dass etwa 1,5 bis 2% Des jährlich auftretenden CO2 Wohl der Grund für den Anstieg des CO2 In der Atmosphäre ist Das meiste wird wieder aufgenommen Aber das muss man sagen Der Mensch verursacht durchaus Einen Anstieg des CO2 In der Atmosphäre Das ist so Dadurch dass wir Kohle, Gas, Öl Und so weiter verbrennen Das ist so Jetzt muss man sich natürlich fragen Wirkt sich denn dieser CO2-Anstieg In der Atmosphäre Auf die Temperatur aus? Und das ist unklar Bis heute gibt es keine klaren Wissenschaftlichen Erkenntnisse Darüber Dass das so ist oder nicht Aber Was uns natürlich wie ein Mantra Immer wieder in die Ohren geflötet wird Ist Es ist so Das haben wir bewiesen Aber es ist noch nicht bewiesen Das hat bisher noch keiner beweisen können Jetzt haben wir einen Effekt Der ganz interessant war Nämlich ab 1998 In den Jahren von 1998 In den Jahren von 1998 bis 2013 Ist die weltweite Temperatur stagniert Die ist nicht angestiegen Nicht mehr angestiegen Obwohl die CO2-Konzentration in der Atmosphäre In dieser Zeit weiter angestiegen ist So und jetzt wird es schwierig oder Dieser deutsche Meteorologe Hans von Storch Ist ganz ehrlich Und hat damals geschrieben Wir stehen vor einem Rätsel Seit 15 Jahren steigen die Temperaturen nicht mehr an Sollte die globale Erwärmung Weitere 5 Jahre pausieren Also 15 Jahre reichen ihm noch nicht Also wenn es dann noch 5 Jahre weiter geht Sagte er damals Dann haben wir wahrscheinlich Mit unseren Modellen ein Problem Das hat er schon damals gehabt Das Problem hat er schon damals gehabt Aber er hat sich noch 5 Jahre gekauft Dann müssten wir die Vorhersagen korrigieren Hat schon richtig gezittert, oder? Spürt man da so Die Politiker und die Wissenschaftler sind ja schlau Was macht man denn, wenn man in so einem Dilemma steckt? Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast Die Modelle sind nicht korrigiert worden Die Daten sind korrigiert worden Die den Modellen zugrunde liegen Beispiele In 2015 wurden erste Berichte über die Manipulationen Der US-amerikanischen Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA bekannt Die haben Bojendaten aus bestimmten Meeresregionen In denen es kaum Bojen gibt Einfach hochgerechnet Also stärker gewichtet Und das waren halt Bojen, die höhere Temperaturen gemessen haben Wenn man die stärker gewichtet Und die Bojen etwas weniger stark gewichtet Die niedrigere Temperaturen messen Wird die Durchschnittstemperatur einfach ansteigen Seit 1990 wurden viele Messstationen In ländlichen Regionen In Höhenlagen Und in höheren geografischen Breiten Also Richtung Nordpol Aus den offiziellen Statistiken entfernt Man hat halt eher die Messstationen stärker gewichtet Die in städtischer Lage In Großstädten angesiedelt sind Und in Großstädten ist es typischerweise etwas wärmer Als auf dem Land Und auch typischerweise etwas wärmer als auf dem Berg Und zudem hat dann die Obama-Administration Also die US-amerikanische Regierung unter Obama Die NASA angewiesen Die Messdaten der Satelliten zu korrigieren So Der amerikanische Physiker Stephen Coonin Der war in den Jahren 2009 bis 2011 Unterstaatssekretär im US-amerikanischen Energieministerium Hat dann später die Datenfälschungen Bei diesen beiden Institutionen öffentlich eingestanden Und jetzt ist es wirklich der Hammer Der sagt dann Mit diesen Fälschungen Sollte die neue US-Klimapolitik Der Administration Obama Wissenschaftlich untermauert werden So also mit falschen Daten Wird irgendwie sowas untermauert Und der Unterstaatssekretär muss das sagen Es hat keinen interessiert oder Obama hat sich dann zu nicht herabgelassen Hat nichts dazu gesagt Und keinen interessiert Die geben uns falsche Daten Und dann stimmen die Modelle auf einmal wieder Klar Es werden dann immer Modelle gezeigt Wo die Temperatur über Jahrhunderte hinweg konstant ist Und ganz zum Schluss geht es hoch Das nennt man Hockeyschläger Hockeysstick-Modell Ganz zum Schluss geht es steil hoch Weil natürlich die anderen Daten alle korrigiert wurden Dann sieht das so aus Natürlich kann man alle statistischen Daten so manipulieren Dass sie so aussehen, wie sie aussehen sollen Im Übrigen Diese ganzen Daten findet man im Internet Das ist jetzt also nicht irgendwie geheim Das findet man Das ist ganz zugänglich Jetzt wird es noch interessanter Nachdem in den letzten Jahren Ja die Temperaturen dann wieder angestiegen sind Die Wissenschaftler, die hatten schon Schweißperlen auf der Stirn Das mit den Modellen geht nicht Und so Dann sind die Temperaturen tatsächlich wieder angestiegen Seit 2013 Leicht Und jetzt gibt es neue wissenschaftliche Daten Die auf eine bevorstehende Abkühlung Der Erdtemperatur hinweisen Es gibt ein britisch-russisches Team Von Wissenschaftlern um die Mathematikerin und Astronomin Valentina Tsarkova Wie wir hier unten sehen, die Dame Die hat in der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift Nature In 2019 eine Studie veröffentlicht Gemäß der mit großer Wahrscheinlichkeit Eine erhebliche Abkühlung der Erde Aufgrund des zyklisch auftretenden Wandels Der Sonnenflecken Da haben wir auch schon mal was von gehört Die Sonnenflecken Dem Taumeln der Erde Um die Sonne und der Neigung der Erdachse bevorsteht Also es wird kühler Es wird kühler und nicht wärmer Mit großer Wahrscheinlichkeit Panik bricht aus Was passiert jetzt? Der Artikel wurde ohne Zustimmung der Autoren 2020 Im März diesen Jahres Vom Herausgeber der Zeitschrift Nature Ohne nachvollziehbare Erklärung zurückgezogen Man kann ihn immer nur abrufen Aber er steht drüber Groß dick drüber zurückgezogen Und damit in der wissenschaftlichen Welt Nicht mehr gültig Da ist irgendjemandem aufgefallen Das passt nicht in unser Modell Das darf nicht sein Jetzt muss man sich natürlich wirklich fragen Warum geht der ganze Zirkus eigentlich weiter Mit dieser Klimaschutzpolitik Man muss eigentlich vermuten Dass da ganz andere Ziele dahinter stecken Und jetzt wird es richtig heiß Die ehemalige kanadische Umweltministerin Die wir hier oben rechts sehen Christine Stewart Die mittlerweile schon gestorben ist 2015 Sie sagte Es ist egal Ob die Wissenschaft der globalen Erwärmung Komplett an den Haaren herbeigezogen ist Es ist egal Dass die Wissenschaft an den Haaren herbeigezogen ist Gibt uns der Klimawandel doch die größte Möglichkeit Gerechtigkeit und Gleichheit in die Welt zu tragen Hier geht es darum Dass die Welt umgepolt wird Das sagt sie Nicht ich Das sagt sie, oder? Der deutsche Ökonom und Direktor Des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung Ottmar Edenhofer Schreibt Wir verteilen durch die Klimapolitik De facto das Weltvermögen um Aha, darum geht es ums Geld, oder? Man muss sich von der Illusion freimachen Dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik ist Das sagt er einfach so Es geht gar nicht um die Umwelt Es geht um was ganz anderes Das schreibt er Das kann man so Und alle sagen Jo, ist gut Weiter so Macht weiter Unsere Millionen Hier habt ihr sie Mithilfe der ideologisch instrumentalisierten Wissenschaft Die gleichgeschaltet ist Und denen hinterherläuft Weil sie das Geld ja brauchen Für ihre Forschung Soll offenbar eine neue Ökowelt entstehen Und das hat schon 2007 Also vor 13 Jahren Der deutsche Soziologe Ulrich Beck Wie folgt geschrieben Die Klimadebatte hat etwas Mystisches Weil wir über eine Zukunft reden Über die wir letztlich nicht wissen können Hier haben wir gesehen An die Stelle eines handfesten Faktenwissens Treten nun Vermutungen und Szenarien An die wir glauben müssen Um das Schlimmstmögliche zu verhindern Nämlich diesen Klimagau Untergang der Welt Und so weiter Plötzlich ist es notwendig Die Menschheit zu retten Aus diesem hohen Wert Lassen sich Prestige Machtchancen Neue Institutionen Ein politischer Mehrwert Im transnationalen Bereich Gewinn Klimapolitik Stellt eine Sinnressource Für die delegitimierte Und von Vertrauensverlust Gezeichnete Politik dar Endlich haben die ein Thema Wo sie sich mit profilieren können Es geht noch weiter Es wird noch relativ heftig Der deutsche Soziologe Gerhard Schulze Ergänzt wie folgt Was wir in den letzten Jahren In der Klimadebatte erlebt haben War die Geburt einer konstruierten Gewissheit Mit großer Suggestivkraft Konstruierte Gewissheit Das ist schon toll die Begriffe Ihr Erfolg hat mit eingängiger Erzählbarkeit Und Dramatisierbarkeit zu tun Aus der zunächst die Medien Schlagzeilen machten Und dann die Politikerprogramme Das kommt in allen politischen Parteien vor Inzwischen ist das Paradigma Vom menschengemachten Klimawandel Nicht nur mächtig geworden Sondern es stattet auch mit Macht aus Zu viele Politiker sind mittlerweile Auf den Zug aufgesprungen Es darf gar nicht mehr falsch sein Also bitte nicht kalt Oder? Da müssen wir irgendwie Die Heizung anmachen Dass das da weiter geht draußen Letztendlich geht es um Das breite Schüren von Ängsten Wie der deutsche Kommunikationswissenschaftler Norbert Bolz erklärt Man findet immer, was man erwartet Und immer ist es fünf vor zwölf Rationalität hat hier keine Chance Gerade beim Thema Global Warming Also Klimawandel Präsentieren sich viele Wissenschaftler Als Glaubenskrieger Man könnte geradezu von einer Industrie der Angst sprechen So Und jetzt Kommt Greta Die haben wir schon fast vergessen, oder? Aber ich glaube Greta Thunberg War am 23. September 2019 In den Vereinten Nationen in New York Vor der Weltelite Und hat denen die Ohren lang gezogen Sie hat dann gesagt How dare you? Das ist so Wie kommt ihr nur dazu? Wie könnt ihr es wagen Meine Träume und meine Kinder zu stehlen? Mit euren leeren Worten Wuff, wuff Rechts und links, oder? Das ist der Hammer, oder? 16-jähriges Mädchen Aus Schweden Die Arme Also Im Nachhinein muss man ja sagen Wer hat ihr die Kindheit gestohlen? Das waren vermutlich nicht diese Politiker Die sich das anhören mussten Sondern das waren ihre Eltern Die dieses Spiel mit ihr machen Und das sind die ganzen Die da im Hintergrund ihre Strippen ziehen Die wird ja instrumentalisiert Das arme Kind Der Journalist Der Schweizer Journalist Eugen Sorg Schreibt das folgende Klartext, oder? Guckt doch ziemlich sorgenvoll Muss man sagen Auf dem Bild Die Huldigungen Und devoten Preisungen Die Greta Für ihre utopisch ruinösen Forderungen erfährt Verraten den Kryptoreligiösen Charakter Der Klimarettungsbewegung Also das ist schon heftig So was zu schreiben Der neuheitnische Klimakult Verlangt Glaube und Hingabe Nicht Wissen und Ideenwettkampf Wahrheit ist eine Frage Der richtigen Gesinnung Und nicht der skeptischen Suche Nach Antworten Also Wissenschaft Nicht mehr so wie wir das machen müssen Sondern da wird jetzt einfach Alle so hingenommen Aber wer verkörpert diese Haltung Besser als das ernste Veganermädchen Mit den strengen Zöpfen Dem reinen Herzen Und einer von Wissen Unbefleckten Moral Fantastisch, oder? Und der deutsche Publizist Wolfram Weimar Hat herausgefunden Wer eigentlich hinter dieser Greta Thunberg steht Die wurde von dem PR-Experten Also Öffentlichkeitsarbeitsexperten Ingmar Renshuk bekannt gemacht Dem gehört die Aktiengesellschaft We Don't Have Time Zu deutsch Wir haben keine Zeit Eine Aktiengesellschaft Da geht es ums Geld, oder? Die hat in kurzer Zeit Massivste Finanzmittel eingeworben Und verfügt über enge Verbindungen Zu Al Gore Dem ehemaligen Amerikanischen Vizepräsidenten Dem Club of Rome Bill Gates George Soros Sowie linksradikalen Organisationen Wie Attack Climate Mobilization Extinction Rebellion Das klingt schon alles so fürchterlich Und Fridays for Future Die kennen wir Die sind auch in der Schweiz aktiv Sie alle verbindet das Ziel Einer neomarxistischen Großen Transformation der Gesellschaft Es geht um die Transformation der Gesellschaft Und die spannen Dieser arme Greta Da vor ihren Karren Schlimm, wirklich schlimm Der österreichische Ingenieur Und Evangelist Alexander Seibel Warnt eindringlich Vor dieser neuen Weltreligion Ohne Gott Durch die sich die Menschen Selber retten wollen Und nicht retten können Das geht nicht So, jetzt wissen wir Wo wir hier stehen Und jetzt Schauen wir uns mal an Was die Bibel dazu sagt Die Erde und das ganze Universum Sind vom allmächtigen Schöpfer Gott Geschaffen worden Das wissen wir Gott hat die Erde den Menschen Zur fürsorglichen Nutzung übergeben Das lesen wir in Psalm 115 Vers 16 Und was ist dann passiert Hat sich dann Gott in die Ecke gestellt Und guckt so von weitem zu Was wir mit der Erde machen Was macht er Hat er sich zurückgezogen Ganz sicher nicht In der ganzen Bibel Wird Gottes Hoheit Über die Naturkräfte bestätigt Er handelt Durch die Naturkräfte Und durch Wetterereignisse Das lesen wir zum Beispiel In Jeremiah 51 Psalm 78 Psalm 135 Kann man gerne nachlesen Wenn man später Die Aufnahmen Hört Das wollen die Menschen Natürlich auch gerne Kennen Aber sie können es nicht Gott zeigt In seiner eindringlichen Antwort An Hiob Dass nur er allein Das Klima Unter seiner Kontrolle hat Hiob 38 Ab Vers 22 Ganz eindrückliche Verse Der deutsch-schweizer Theologe Johannes Pflaum Schreibt Und dieser Artikel Ist in dem Kürzlich erschienenen Zeitschrift Der schmale Weg Der Herausgeber Sitzt hier vorne In der ersten Reihe Dr. Lothar Gassmann Darüber geschrieben Es gibt noch einige Exemplare Die würde ich wärmstens empfehlen Von Johannes Pflaum Seite 8 Fortfolgende Dass die Bibel Ganz klar Von einem Klimawandel Spricht Aber eben Einen anderen Klimawandel Als von dem Den die Menschen Die Wissenschaftler Uns immer wieder erzählen In der Bibel Wird insgesamt Von vier Einschneidenden Klimaveränderungen Berichtet Vier Erstens Der erste Klimawandel Kam nach dem Sündenfall Und der Vertreibung Der ersten Menschen Aus dem Garten Eden Der zweite Klimawandel Ereignete sich Mit der Sintflut Erstmals wird in der Bibel Von Regen berichtet Und nach der Sintflut Werden 1. Mose 8 Vers 22 Sommer und Winter Frost und Hitze genannt Die werden vorher nicht genannt Und diese beiden Klimawandel Sind schon passiert Die sind schon in der Vergangenheit Passiert Jetzt haben wir aber noch Zwei weitere Klimawandel Vor uns Die liegen noch in der Zukunft Von denen berichtet Die Bibel auch Nach dem Wiederkommen Des Messias In Macht und Herrlichkeit Wird es immer noch Sommer und Winter geben Das lesen wir zum Beispiel In Zacharia 14 Vers 8 Aber die Sonne Und der Mond Werden siebenmal Heller scheinen Jesaja 30 Vers 26 Und das hat Auswirkungen Und schließlich Eine weitere Massive Klimaveränderung Durch die Schaffung Neuer Himmel Und einer neuen Erde Von der Uns in Offenbarung 21 Berichtet wird Also in Wirklichkeit Gibt es vier massive Klimawandel Zwei sind schon passiert Zwei stehen noch vor uns Ich komme zur Zusammenfassung Gottes Weisheit Gottes Weisheit ist unendlich groß Er hat aber auch uns Menschen Ein begrenztes Maß An Weisheit geschenkt Viele Gebiete Bleiben uns Menschen Verborgen Da können wir nicht forschen Aber es gibt auch Sehr sehr viele Bereiche Wo die Menschen Sehr sehr weit gekommen sind In der Forschung Das haben wir uns ja angeschaut Die führenden Wissenschaftler Aus dem 13. bis 18. Jahrhundert waren gläubige Christen Oder zumindest sehr stark Vom Christentum geprägt Aber wir haben auch gesehen Dass der Sündenfall Der Menschen Sich auch auf die Wissenschaftler Ausgewirkt hat Das sind ja auch Menschen So haben sich viele Wissenschaftliche Erkenntnisse Die so mit großem Trommelwirbel verkündet wurden Später als Irrtum Oder sogar bewusste Täuschung herausgestellt Unbewiesene Theorien Werden als Tatsachen dargestellt Wie zum Beispiel Die Urknalltheorie Die Evolutionstheorie Die Freud'sche Psychoanalyse Und Wissenschaftler Die daran Zweifel äußern Auch Zweifel an diesem Klimawandel äußern Die werden lächerlich gemacht Beziehungsweise aus dem Verkehr gezogen Wir haben gesehen Dass sich das Klima verändert Und das stimmt auch Das Klima verändert sich Es wird wärmer Das ist so Es wird wärmer Seit einem Jahrhundert etwa Anderthalb Jahrhundert Wird es wärmer Aber Die Schlussfolgerung Dass die Menschen Das verursachen Und zwar komplett verursachen Die stimmt nicht Und konnte bisher Noch nicht belegt werden Dennoch halten die Wissenschaftler Politiker Und die Leitmedien Stur an dieser Theorie Fest Und das kommt wirklich Wie so ein Mantra Immer wieder Immer wieder Ich würde euch auch empfehlen Einfach mal in den nächsten Wochen Mal genau Zu schauen Wenn ihr die Tageszeitung Aufschlagt Oder wenn ihr im Radio hört Nachrichten Im Fernsehen Das Thema kommt immer wieder Und es ist immer wieder Die gleiche Nachricht Die uns da In die Ohren geflötet wird Das ist die neue Weltklimareligion Die Bibel ist Glasklar Und spricht eigentlich Von etwas ganz anderem Sie beschreibt vier sehr Gravierende Klimaveränderungen Zwei sind schon passiert Sündenfall Und Sintflut Und zwei liegen noch In der Zukunft Nämlich dann Wenn der Herr Jesus Wiederkommt In Macht und Herrlichkeit Und wenn er einen neuen Himmel Und eine neue Erde Schaffen wird Ich möchte den Vortrag Abschließen Mit den ersten Worten Aus einem bekannten Christlichen Lied Dort heißt es Gott ist noch auf dem Plan Und alles ist ihm untertan Ich glaube viele von uns Können das mitsingen Könnten das mitsingen Wenn wir singen dürften Gott kommt an sein Ziel Egal was die Wissenschaftler Die Politiker Und die Verschwörungs Weltverschwörer hier Uns immer noch In die Ohren einflöten Die Klimareligion Ändert daran nichts Gott kommt an sein Ziel Ich habe hier noch einige Literaturhinweise Einige sind christliche Autoren Wie der Francis Schäffer Zum Beispiel Auch der Wolfgang Leisenberg Ist ein deutscher Professor Die verborgene Wirklichkeit Werner Gitt Habe ich drauf hingewiesen Es gibt aber auch einige Nicht christliche Autoren Die große Zweifel haben An dieser Klimatheorie Kulturgeschichte des Klimas Wenn man das liest Das ist ein relativ dicker Schinken Aber wenn man das liest Der hat also erforscht Was im Mittelalter da gelaufen ist Und in der kleinen Eiszeit Das ist erschreckend Also wenn wir das gar nicht mehr wüssten Dann haben wir natürlich Den Thomas Lachenmayr Ich habe einige Exemplare bekommen Als gratis Verteilhefte Von Faktum Von Faktum Von dem Schwengeler Verlag Es hat in der aktuellen Ausgabe Einen sehr schönen Bericht Von einem deutschen Volkswirtschaftsprofessor Werner Lachmann Er schreibt Heute glaube ich Er hatte recht Zahlreiche Studien Zeitschrift Und dann möchte ich noch hinweisen Auch das habe ich erwähnt Den Bericht von Johannes Pflaum In der Schmale Weg Öko-Religion Klimawandel Und flache Erde Das ist ein Physiker Fantastisch Der heißt Droht uns ein Klimakollaps Das ist 2015 Das ist 2015 Ist immer noch hochaktuell Einmal die Bücher Die Bücher Die auch Lothar Lothar Gassmann Auf dem Büchertisch hat Was wollen die Grünen wirklich Entstehung und Programm Der Grünen Kritisch analysiert Countdown 2020 Wie weit sind wir In der Endzeit Ganz aktuell hier unten Corona Und dann auch noch Ein ganz interessantes Buch Von der nachfolgenden Generation Tabitha Gassmann Tochter von Anna und Lothar China die neue Supermacht Ist so wie ich gehört habe Ein Bestseller mittlerweile Schauen Sehr schön Genau Also das liegt alles drüben Ihr könnt auch gerne Nachher noch schauen Wenn Fragen bestehen Stehe ich auch gerne Noch zur Verfügung Wenn einzelne Themen Noch gefragt werden Ich möchte dann Zum Abschluss noch Mit uns beten Und möchte euch bitten Dazu auch wenn möglich Aufzustehen Ja Jesus Christus Wir wollen dir ganz herzlich Danken Dass du uns in deinem Wort So klar sagst Dass du die Weisheit bist Herr Hab Dank Dass du uns auch Weisheit geschenkt hast Begrenzte Weisheit Als Menschen Dass wir das erkennen dürfen Dass wir das auch In deinem Wort lesen dürfen Hab Dank Dass wir die Zeichen Der Zeit erkennen können Und auch verstehen können Und dass du das auch Bestätigst in deinem Wort Dank Dass wir wissen dürfen Dass du an dein Ziel kommst Mit uns Mit jedem einzelnen Menschen Und dass so lange Noch Gnadenzeit herrscht Auch Menschen noch Zu dir kommen dürfen Dich annehmen dürfen Und gerettet werden dürfen Ganz herzlichen Dank dafür Hab Dank Dass du auch Den weiteren Abend segnest Alle diejenigen Die noch nach Hause fahren Bei ihnen bist Auch die Gespräche Die wir hier führen Segnen magst Wir danken dir Und loben und preisen dich Amen Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal